Präsident Yun Sokyol wird am Freitag zu einer sechstägigen Reise nach Kambodscha und Indonesien aufbrechen, um an multinationalen Gipfeltreffen teilzunehmen. Laut dem Präsidialamt werden Diskussionen geführt, um am Rande der Treffen trilaterale Gipfelgespräche mit den USA und Japan und ein bilaterales Spitzentreffen mit den USA abzuhalten. Yun wird vom 11. bis 13. November nach Phnom Penh reisen, um Gespräche mit den Staats- und Regierungschefs des Südostasiatischen Staatenbundes ASEAN zu führen. Er wird am Korea-ASEAN-Gipfel, dem ASEAN-Plus-3-Gipfel und dem Ostasien-Gipfel teilnehmen. Dabei wird er Südkoreas Pläne für die Solidarität mit der ASEAN und die indopazifische Strategie vorstellen. Der nationale Sicherheitsberater Kim Song-Han sagte, diesmal werde ein Puzzle der regionalen Diplomatie zusammengesetzt, die von der indopazifischen Strategie repräsentiert werde. Damit werde das Grundgerüst der Außenpolitik à la Yun Sok Yol vervollständigt. Yun wird anschließend nach Bali weiterreisen, um am G20-Gipfel teilzunehmen. Er wird auf Sitzungen zu den Themen Ernährungs- und Energiesicherheit sowie Gesundheit sprechen. Auch ein Treffen mit koreanischen Unternehmen in Indonesien, sowie die Teilnahme am B20-Summit, eine Zusammenkunft von Vertretern von Wirtschaftsorganisationen und Unternehmern, sind geplant. Bilaterale Gespräche am Rande der multilateralen Treffen sind zu einem beträchtlichen Teil noch nicht festgelegt. Einem Beamten des Präsidialamtes zufolge sind Konsultationen über ein trilaterales Treffen mit den USA und Japan sowie ein bilaterales Treffen mit den USA im Gange. Ein bilaterales Spitzengespräch mit Japan ist nicht beschlossen. Untertitelung des Präsidialamtes